So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Wir sind hier gerade auf dem Weg ins verlorene Eiselith. Haben also ein bisschen was zu tun, könnte man sagen. Es wird interessant, das einzige, was in dem Gebiet blöd ist, ist der Boss. Und ich kenne keinen, der diesen Boss mag. Die, die das Spiel selbst gespielt haben, werden wissen, wovon ich rede. Oho, zwei mit einem Schlag, das muss man mal nachmachen. Ich wollte gerade sagen, da gab es doch noch diesen Taurus Demon. Hör mal, da muss aber noch Zielen übeln. Okay, das hat mich noch erwischt. Das ist teilweise. Ich wollte gerade sagen, so zwei Mal noch gegen das Schienbein und du bist hin. Ja, hier gab es noch den, der ist lästig. Ich erledige den jetzt einfach mit meinen Blitzen, um sicherzustellen, dass der nicht stört. Und gleich geht es wieder tatsächlich in den Bosskampf. Also was Eiselith angeht, es gibt eine Abkürzung. Die habe ich auch schon gezeigt. Aber ich nehme die nicht. Ich will das Gebiet durchaus mitnehmen. Also hier ist ja die Abkürzung, die ich auch geöffnet habe. Aber hier. Haben wir einen Dämon. Was zum Einschlag? Alter! Aber ihr seht, das ist auch wieder nur so ein recycelter Asylum Demon. Also da gibt es härtere, aber der ist halt... Er macht Schaden, das haben wir gemerkt. Okay, da standen wir doch mit drin. Hey, man muss auch treffen. Ich wollte jetzt mal ohne Anvisieren probieren, aber... So geht's. Ich glaube, da nehme ich jetzt... Die großen Blitzspere bewahre ich mir auf jeden Fall für den Dämon auf. Jesus-Flockon kann ich nehmen, aber... Zweiter Blitz. Und tot. Ich laufe hier einfach vorbei. Der interessiert mich gar nicht. So, und bevor ich durchgehe, haue ich mir eine Auffrischung drauf. Oh! Einfach nur für den Fall, dass ich eben nur, weil ich ein bisschen angeschlagen bin, getroffen wurde. Äh... Ja, ansonsten hätte er mich damit nicht umgebracht. Übrigens, auch wenn er brennt, der ist nicht immun gegen Feuer. Leider kann er auch das, das ist ja das, was... Stimmt, wir könnten auch nochmals alle das heilen. Alter! Das sind nicht Reichweite und Schaden. Okay, damit hat er mich auch noch erwischt. Ne, nicht noch, Amara. Kannst du sagen, das ist jetzt so ein Scherz. So. Da ist er denn Reichweite überschätzt. Okay. Mit einem Blitz in den Wand. So geht's doch. Hat er etwas gedroppt? Dämonenbeschleuniger. Ich weiß nicht, ob der das als Rare Drop hat. Ich gucke es mir auf jeden Fall mal an. Das ist halt für einen Zauberer, so wie es aussieht. Waffen wie Beschleuniger anstoß. Dämonische Waffe ausgeschmolzenem Gestein von Eisele. Die Waffe des Dämonenfeuerweises. Der Dämonenfeuerweiser war der erste Dämon und letzte Meister der ursprünglichen Feuerkünste, bevor die Hexe von Eiselep vom Chaos verzehrt, die Pyromantie schuf. Okay, die Pyromantie gab es also erst nachdem die Hexe verzehrt wurde. Interessant. Darauf einen Schluck Tee. Auf jeden Fall, es ist ein klassischer Magiebeschleuniger. Also man braucht dafür halt entsprechend Intelligenz. Und kann damit zauberwirken. Und wie wir sehen, der Kerl hat hier eine ganze Menge kaputt gemacht. Und hier ist zwar ein bisschen dunkel, aber da gibt es Schlimmeres. Schon wieder. Eigentlich müsste ich schneller sein als der. Also wir sehen, es geht hoch, es geht runter. Wo gehen wir hin? Ach, wenn man ganz direkt bei ihm steht, trifft einen das auch nicht, oder wie? Ist ja lustig. Oh, oh. Vorsicht. Lauf! Oh. So. Zum Glück können wir die mit einem schweren Angriff one-hitten. Ich gehe erstmal nach oben. Aus einem einfachen Grund hier dürfte nämlich was Bestimmtes sein, was sehr nützlich sein kann. Kann auch sein, dass ich mich irre. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ah, Moment. Für euch reicht eine explosive Wucht. Dass ich den nicht erwischt habe, ist ein bisschen seltsam. Okay, es reicht schon ein schwerer, also ein einfacher Angriff mit einer beidhändisch geführten Waffe. Nicht schlecht. Ja, hier ist, was ich gesucht habe. Vorher schaue ich noch kurz hier an den Seiten, ob hier noch was direkt ist. Es sieht nicht danach aus. Treten wir mal hier drauf. Kommt uns dieser Boden bekannt vor? Tata, tata, tata. Wir können also uns tatsächlich hier hinsetzen. Bei 32.000 sehen kann ich ja locker wieder aufsteigen, oder? Ja, leider hatte dieser Boss keine Seele dabei, aber immerhin eine gewisse Menge an Seelen. Ach, praktisch. Eigentlich habe ich irgendwie... Komm, jetzt wo wir diesen einen schon erledigt haben. Ich war doch noch nicht wieder in dem Untoten Asyl und wir können uns ja jederzeit hierhin teleportieren. Asyl und und kann ich gar nicht von selbst tun, dann muss ich... Okay. Also Feuerbahn schreien. Und mich wieder ins Krähen-Nest legen. Also. Wir kennen die Prozedur, aber das möchte ich jetzt auf jeden Fall machen, ehe ich das einfach vergesse. Sonst hätte ich mal ein 100%, also alle Bosse nicht, äh... Ich muss den ja erledigen. Geht nicht anders. Das kratzt sonst an meiner Ehre. So. Von hier aus dahin. Das war knapp. Hier oben dürfte dann noch das Krähen-Nest gleich sein. Und wenn man es nicht das erste Mal macht, dann geht es auch schneller. Ja, dann kommt es jetzt nämlich direkt. Ist ähnlich wie mit dem Sarg bei Nito. Und da werden wir als Stück Trockenfleisch mal mitgeschleppt. Ich gieße mir ein bisschen weiteren Tee ein. So, wir haben einen Dämon zu töten, aber erst nachdem wir uns an ein Leuchtfeuer gesetzt haben. Und eine Sache möchte ich hier auf jeden Fall auch machen. Ich hoffe, dass ich das entsprechend hinkriege, aber das dürfte eigentlich kein Thema sein. Ach, Mann. Diese Feuerhüllen... Also Fackelträger-Nerven von denen, aber richtig. So, hier gibt es doch jemanden. Du... Du... Gib mir... Worm... Gib mir... Solved. Äh, hier können wir ja Gegenstände reinlegen. Und es gibt einen Gegenstand, den ich da reinlegen möchte, einfach um was zu zeigen. Wir können nämlich das Ding hier reinlegen. Also hier könnten wir das Ding natürlich auch direkt wieder aufnehmen, aber ich meine... Es müsste uns auf jeden Fall was geben, wenn wir das da drin liegen lassen. Äh, oder ablegen, ja. Ich glaube, da müsste das Gebiet neu geladen werden, damit wir das kriegen, was ich haben will. Das wäre eine Sache, die hätte ich übrigens am Anfang auch direkt als Gabe wählen können, habe ich aber nicht gemacht. Wieso breche ich eigentlich an der Stelle ein und du nicht? Wird hier Gewicht mit zweierlei Maß gemessen? Bin ich etwa fett? Ja, die sehen ja auch alle aus wie die Magermodels. Also ich gehe jetzt erstmal da runter. Oh, ich hätte vielleicht die Höhlen zuerst erledigen sollen. Äh, komisch, beim anderen konnte ich das blocken. So, friss einen großen Blitzspehr in den Hintern. Oder eben in die Wampe. Und wieder in den Hintern. Gerade läuft es überraschend gut. Der macht aber auch immer nur das gleiche. So. Jetzt noch einer und du bist hin. Tatsache, hat geklappt. Ohne Probleme, erster Anlauf. Und er droppt was. Eine graue Scholle, das ist nett. Menschlichkeit, Heimkehrknochen, auch nicht schlecht. Ähm, Schollen sind halt Items, die man nicht direkt so unbedingt, äh, farmen kann, wenn ich mich recht erinnere. Sondern da gibt es nur ein paar im Spiel, also pro Durchlauf, die für die letzte Aufwertung von, äh, von Waffen und Rüstungs... Ne, von Rüstung weiß ich gar nicht mehr. Von Waffen auf jeden Fall gebraucht werden. So, es gab hier auch irgendeinen Weg raus. Es gab irgendwo, glaube ich, eine Leiter. Oder ist er dann leuchtvoll? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kam man hier auch irgendwie wieder raus. Meine ich. Hier nicht, hier nicht. Hier auch nicht. Ah, hier. Worum es hier hingeht, ich weiß es nicht mehr so ganz. Also hier ist nischt. Hier ist was. Und ich glaube, wir kennen diesen Gang. Wir waren hier auch schon überall und haben da quasi... Wir haben hier ja schon aufgeräumt, nur die... Ach ja, hier ist quasi unsere Zelle vom Anfang gewesen, klar. Da haben wir dann auch die Puppe für die Welt von Ariamis gekriegt. Und jetzt, ähm, haben wir quasi das Ande des Seilum komplett fertig. Bin ich persönlich froh drüber? Moment. Hier ging es dann wieder hoch, genau. Und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt das Item ausgetauscht ist oder nicht. Ach. Ihr seid mir komischerweise nicht hinterhergesprungen, was ich seltsam finde. Ich hab mich gewundert, warum das Ding nicht gebrannt hat. Naja. So. Der Boss ist erledigt. Ach, jetzt ist das auch schon permanent so. Okay, du springst hier also einfach an. Ungefragt. Ich find, dieses Wunder sieht einfach cool aus, auch wenn's nicht so nützlich ist. Hat die Krähe was getan? Nee, dann muss ich also tatsächlich einmal das Gebiet irgendwie neu laden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es so funktionierte. Und ich muss auf jeden Fall die Sonnenlichtmade abgeben. Ach, wisst du, was der schnellste Weg zum Neuladen ist? Funktioniert am besten. Und die Seelen kann ich mir ja wiederholen. Ich werde jetzt nicht gegen so ein paar Höhlen sterben. Hätte ich nicht sagen dürfen, glaube ich. Ach, der andere hat mich noch gar nicht bemerkt. Jetzt hat er mich bemerkt. Ach, und jetzt ist das Ding auch wieder zu. Also der Boden. Immer diese Fackelträger. So, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert hat. Zumindest liegt da... Ja, da liegt... So, verloren Energie wiederherstellen und Gegenstand nehmen. Alter Hexenring. Wenn ihr euch jetzt fragt, was zum Geier will ich denn mit dem alten Hexenring? Das zeige ich euch mal. Ich gehe jetzt also zurück zum Leuchtfall und teleportiere mich wieder zu der Werten Tochter des Chaos. Ich überlege gerade, was habe ich eigentlich gerade für Ringe an? Was passiert, wenn ich Havels Ring ausziehe? Werde ich dann deutlich langsamer? Alter Ring mit unbekannter Herkunft... Äh, Wirkung, meine ich. Ring einer alten Hexe. Der Ring trägt eine feine Inschrift in der seltsamen nichtmenschlichen Sprache, doch ist anscheinend nutzlos. Ja, tatsächlich rollen wir dann langsamer. Teleportieren wir uns jetzt erstmal zur Tochter des Chaos. Und jetzt wird es sehr interessant. Und das ist auch das einzige, wofür dieser Ring gut ist, meines Wissens nach. Quelo, meine liebe Sister. Ja, die ist übrigens blind. Sie hält einen aber für ihre Schwester. Quelo, was ist es? Wir können halt weiter mit ihr reden. Quelo, meine liebe Sister. Die Ex ist stuck. Die Ex ist nicht so, aber sie sind. Sie sind noch nicht sicher. Ich bin froh. Ich bin froh. Es wird zu viel. Ich habe dich, liebe Freundin, aber versuch mir, dass du dir selbst aufhören möchtest. Ich werde gut sein. Tschüss, Quailup. Es war so sehr nett, zu sprechen. Du, du sprichst die Führerin der Führerin? Frau, bleib nicht mit deiner Hoffnung. Du hast noch meinen Vertrauen bekommen. Wenn du etwas mit der Führerin versuchst, wird es hell zu bezahlen. Es gibt nichts, was dir zu sagen, außer wenn du eine Hand auf die Führerin leistest, sollst du bereit sein, meine Reise zu treffen. Ich setze mich hin und in der nächsten Folge geht es dann weiter durch Isleth. Ich meine, wir haben ja jetzt den Aufzug. Ich hoffe, ihr habt Spaß, das konstruierte Kritik, da vielleicht ein Däumchen nach oben. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dark Souls. Bis dahin, Cheerio! Tschüss!